Das ist die Minecraft Partybus Show! Heute bin ich alleine auf dem Server. Der Lukas ist gerade nicht da. Ja, der ist schon da, aber der hat noch genug anderen Scheiß zu tun. Hau ab! Hau ab, habe ich gesagt. Wir sind jetzt auch gerade wieder so einigermaßen nüchtern und so, gell? Weil gestern war ja die LAN. Und wenn ihr das gesehen habt, wisst ihr ja, dass ich da richtig Scheiße gebaut habe, die ich jetzt auch schon behoben habe. Also, ich habe das schon wieder einigermaßen hingekriegt. Und ich war auch schon wieder Netherquartz farmen und Glowstones, weil ich werde das wohl mit Glowstones machen müssen. Mein Handy bimmelt. Ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Keine Ahnung. Also, gestern war die LAN. Wir waren beide ein bisschen fertig heute morgen und so. Und ja, Lukas muss jetzt noch ein bisschen bei sich aufräumen, hat er gesagt. Er will noch saugen. Ich zeige euch mal eben, was ich jetzt gerade noch geändert habe. Und zwar sieht das jetzt so aus. Also, das war von Grund auf falsch, was ich gemacht habe. Von Grund auf. Ich habe halt jetzt... Also, der obere Teil ist auch noch nicht angepasst. Das lasse ich auch erstmal so. So sollte das auch eigentlich aussehen, aber so war das leider nicht. Das ist halt immer die Quarzsäulen dann. Und dann kommen hier Kisten, 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 Kisten. Und dann wieder zwei. Und dann kann man nämlich an die Säulen, kann man dann schön Rahmen hinhängen mit dem entsprechenden Item. Beziehungsweise dann auch zwei Items, weil man muss ja nicht zwangsläufig eine ganze Kiste für ein Item benutzen. So habe ich mir das gedacht. Und so sieht das dann jetzt hier aus. Hier kommt dann auch nochmal... Da müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass da bis zur Decke geht dann hier, ne? Hier kommt dann auch nochmal Truhen hin. Hier werde ich wahrscheinlich ein Fenster machen. Mal gucken. Sehen wir dann. Oh ja, so ist das eigentlich jetzt geplant. Mal gucken, ob ich das alles so hinkriege. Ähm, naja. Sehen wir dann. Ich habe ein bisschen was von dem ganzen Scheiß dabei, den ich brauche. Äh. Ja, komm mal. Wo kommst du denn her, du Hurensohn? Hör ab, Mann. Scheiße, Mann. Mach dich kaputt! Oh Gott sei Dank, ey. Das wäre auch richtig mies jetzt, ne? Ich hoffe mal, das war der Einzige. Ja, das kommt davon, wenn man den Server laufen lässt. Dann wird das Nacht. Und dann spawnt natürlich jede Menge von dem Wichszeug. Ja. Clever. Voll clever, was ich hier wieder gemacht habe. Äh, Stein. Da muss ich vielleicht mal alles anders so machen. Ähm, da kommt dann schon ein Fenster eigentlich hin. Habe ich noch Scheiben? Ja, habe ich wunderbar... Hä? Weg damit. Ähm, wir hoffen mal, dass wir uns nicht wieder verbauen. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ist das jetzt richtig? Ja doch, eigentlich wohl, ne? So soll das eigentlich aussehen. Guck mal so. Und hier dann so. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ähm, so. Ist das jetzt richtig? Ja, ne? Warte, fressen. Ja, tut mir leid, ich bin auch noch nicht so ganz in Form, deswegen sehe ich hier auch mit der Kapuze und so. Äh, war doch, wir waren noch bis... halb sechs oder so wach, glaube ich. Ach ja, das war halt, äh... Ne? So ist das eben im Leben. So, eigentlich so. Und den Rest muss man dann halt von oben irgendwie machen. So, theoretisch ist das ja dann richtig, oder nicht? Aua. So, weil ich jetzt hier auch schon auf der Höhe bin, probieren wir das jetzt einfach mal aus, die Schaufel brauchen wir gerade auch nicht. Ähm, kehren wir das dann irgendwie so. Jetzt gucken wir mal eben wieder... wie der von unten aussieht. So. Eigentlich ist das richtig. Eigentlich. Da muss aber nicht zwangsläufig was heißen, ne? Darum bauen wir das jetzt erstmal... So, wie ich denke, so wie ich denke, das hat richtig... Nein. Ja, siehst du, von wegen, wir brauchen das Ding nicht, ey. So ne Kacke. Ein Schwert lassen wir mal lieber. Äh, Quarz wird gebrauchen. Oder eigentlich. Ähm. Ähm. So. Und so geht das auch. Autsch. Haben wir wehgetan. So, und hoffentlich ist das jetzt richtig. Ich hab keinen Bock, da hat schon wieder, ähm... Alles fail ist. Ich mach das... Ich hab keinen Bock, das nochmal zu machen, ey. Ehrlich, das war echt mies. Das hat verdammt... Erstmal kostet es halt unnötig Zeit wieder, ne? Da ist jetzt wieder der ganze Sonntag vorbei draufgegangen. Ja gut, ich war auch jede Menge Farben, das seht ihr dann aber gleich. Ähm. Weil ich mir gedacht hab, ich hab dann so ein leichtes, äh... Fackelproblem. Weil ja überall Kisten oder, ähm, 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 äh... Na. Äh. 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 Das ist... Clothstones. Aber... Eigentlich. Darum. Na, eigentlich ist das doch richtig. Boah, Leute, ehrlich. Ich... Ist das richtig? Ah, das ist richtig. Jetzt komm. Das hat richtig zu sein. Ganz einfach. Ist das zu weit? Ja, wir sind zu weit. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah auf. Hier machen wir das jetzt erstmal noch so. Das müsste eigentlich richtig sein. Müsste. Ja. Kann ich noch erzählen? Was habe ich denn noch zu erzählen? Ja, ich habe mir die Aufnahmen von gestern mal angeguckt. Das ist ja wirklich sowas von behindert, ne? Also, scheiße, ey. An viele Sachen konnte ich mich nicht mehr erinnern. Aber was soll es? Dafür ist es ja da. Das Saufen, nicht wahr? Mal geht bei euch. Ich glaube, das ist die erste Aufnahme jetzt hier in Hexe, die ich alleine mache, ne? Ich glaube wohl. Kein dummes Gelaber. Oh, na, was ist denn von mir? Eigentlich ist mein dummes Gelaber ja dumm genug. Dann müssen wir nämlich gleich die Quarzblöcke setzen. Und dann können wir dann auch eigentlich schon anfangen, Kisten zu bauen. Jede Menge Kisten bauen. Und zwar, wenn ich mich nicht verzählt habe wieder, und das so ist, wie ich das eigentlich ausgerechnet hatte, sind das sind das scheiße, sind das 155 Doppelkisten. Das ist schon was. Da muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen Holz farben, ne? Ne? Eigentlich ist das ja hell genug hier drin, ne? Ah, ein paar Fackeln können nie schaden. Ich brauche Stein. Wie viel habe ich denn noch? Ach, satt, Junge, satt, Stein. Sollte erst mal reichen. Ja, dann weiß ich nicht, wo will ich zuerst dann anfangen? Ne, ich werde dann erst mal hier den Durchgang machen. Und dann, äh, oben. Denn, dann ist das direkt safe. Dann kann da auch nichts mehr drin irgendwie rumlatschen. Weil das wäre natürlich auch mies, wenn ich jetzt hier alles schön mache, dann steht auch einmal ein Creeper mitten im Gang und macht BAM! Ah, da hast du nichts bei gewonnen. Kann ich doch wieder von vorne anfangen. Das wäre ungut. Sehr sogar. Äh. Ich glaube, es wird dunkel, ne? Jo. Schnell pennen gehen. Bevor hier irgendwas spawnt. Ganz schnell, 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 schnell. Hopp. Wir sind bei 11 Minuten. Ja, komm, das machen wir noch eben wieder klar und dann machen wir den Part schon mal durch. Dann ist der fertig. So. Ach, ja. So. Ein bisschen Holz. Damit hatte ich jetzt schon wieder nicht gerechnet. Dann muss ich das wieder von unten. Ja, ich könnte halt auch wegkloppen, aber ich kann das auch nicht von unten machen, denke ich. Und zwar ganz einfach. Jo. Und hier ist sowieso easy. Easy going, Kollege. Easy going. Das ist auch nicht so schwer. Hopp. Bis ich mir die Birne stoße. Na, das war wieder falsch. Und dann so. Hier der selbe Scheiß. Da setzen wir dann noch schon mal ein Glas hin. Weil wir da schon die Decke drin haben. Nicht wahr? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und hier auch. Eben Glas. Ah, ne. Hier hatten wir dazu, ne. Komplett. Ja, genau. Umso besser. So. Jetzt müssen wir da nur noch Glas draufsetzen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich weiß aber nicht, ob ich genug Glas mit habe. Müssen wir da nur noch so das Glas machen. Dann kommt da ein bisschen, äh... Oh. Äh, dann kommt da, äh, wieder ein bisschen Holz drüber, damit er dicht ist. Und dann... Ups. Sind wir damit eigentlich klar? Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Ränder mache. Muss ich mal gucken. Hopp, 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 hopp. So, das ist dann auch die Grundfläche für, äh... Ja, ficken, ey. Für das Haus, das drüber kommt. Ja, nicht das Haus, aber, äh... Wisst ihr, ne? Das hier mit, wo ich gesagt habe, da kommt hier auch nochmal... Also unten kommt Lager für die ganzen, äh, generell für Items, ne? Und oben kommt halt, äh, ja, Lager für, äh, Schwerter, Rüstungen und so was alles. Kommt dann gesondert. Also für Waffen und Rüstungen. Und Ausrüstung. Ach, Alter, ey, ne, der Fisch steht da. Weiß mal noch nicht so ganz, ob ich das auch von der Form hier die Ecken so lasse oder nicht. Oder ob ich das ein bisschen anders mache. Obwohl, eigentlich geht das doch. So, guck mal. So ist das jetzt. Jetzt gucken wir uns das eben noch von unten an und dann machen wir einen Cut. So. So sieht das jetzt aus. Na gut, das hier ist noch nicht fertig. Das mache ich dann gleich eben weiter. Und, ähm, ich würde sagen, dann bedanke ich mich für hierhin erstmal und sage bis zum nächsten Part. Tschüssen! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020